Hallöchen Youtube und herzlich willkommen! Und ja, also auf jeden Fall eine Runde Badwurst auf Revi, weil ich meine, ihr seid ja so eine Badwurst-Community und ja, da kann man sich das schon mal erlauben, eine Runde Badwurst zu spielen. Ich meine, ich habe eher so die QSG-Schwitzer bei mir und ein paar Badwurst-Schwitzer, weil ich früher mit Kotti immer Stats-Push gemacht habe, also die aktiven Zuschauer von früher kennen mich sicher. Ich habe mittlerweile auch 1300 Subs, also schon nicht allzu wenig und ja, ihr könnt ja mal bei mir vorbeischauen, ich bin jetzt einfach mal so frei und sag das, ich meine, hat Kotti bei mir auch gemacht. Und ja, ich sehe das Ganze da ganz chillig, also ich hoffe ihr auch, weil ja, wir sind ja eigentlich ganz gut miteinander, wir laufen ja auch zusammen dann auf der GC rum, wo ihr uns beide halt treffen könnt. Und ja, also eigentlich eher Kotti, weil ich zeige mich glaube ich vorher nicht, ich weiß es noch nicht, aber Kotti weiß halt wie ich aussehe und deshalb ergibt sich das so ein bisschen. Und ja, so, ich schneide das natürlich ein bisschen, weil Qualität sollte ja auf YouTube nicht unbedingt vernachlässigt werden. Und ja, deshalb nicht so ein Typ, der oft schneidet, manchmal auch nicht, weil er keinen Bock drauf hat, aber oft schneide ich schon ein Video, weil sonst ist es einfach nicht so anschaulich. Und ja, das wissen sich ja viele andere von euch auch. Ja. Und tut mir auf jeden Fall leid wegen diesem ganzen M. Ich war jetzt schließlich auch zwei Wochen im Urlaub und da habe ich das Kommentieren also ein bisschen verlernt. Ist jetzt doof, aber kann man nichts gegen machen. Aber ich werde so ein bisschen wieder reinkommen. Und dann passt das alles wieder. Ich glaube ich bombe mich jetzt direkt zum Gegner. Mitte braucht keiner. Und ja, ich bin gerade etwas schlecht. Wir sehen uns gleich wieder bei den Blöcken. Naja, es wird in Zukunft noch einiges zusammen mit Kotti auf euch zukommen. Mit mir und Kotti zusammen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Nämlich erstens das Step-to-Push-Turnier und zweitens planen wir noch was anderes gemeinsam. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr da voller Begeisterung dabei seid. So, dann haben wir das Bett hier auch. Fresche Sache. Jetzt würde ich nur... Äh, genau in dem Moment ist er gestorben. Alles klar. Einmal hier runter und dann holen wir uns das Bett von dem Typen auch. Mal ganz kurz eben so random ein Schwert holen. Und dann passt das Ganze auch. Ja, was willst du jetzt machen, ne? So, passt schon. Und dann hol ich mir jetzt ein bisschen Essen. Äh, ein paar Blöcke noch. Das ist doch lächerlich. Ey, der Typ ist so abnormal, ne? Er hätte sich jetzt IQ kaufen können, aber okay. Oh, nice. Jungs, das war richtig fresh jetzt zum Ende hin. GG. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like das. Habt auf jeden Fall beim Kotti rein. Vielleicht auch bei mir. Ich denke mal, ich bin in der Beschreibung. Und ja, bis dahin. Und ciao. Ciao.